Moin zusammen, meine Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Davos, in Davos, im wunderschönen Davos, im Bergort Davos, in der Schweiz, findet gerade die WEF-Konferenz statt. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wie dann hier, nämlich in der Berliner Zeitung vor ein paar Tagen bereits errichtet wird, Weltwirtschaftsforum in Davos, wo die Umweltschützer im Privatjet anreisen. Und das ist doch diese Dekadenz, von der man immer wieder hört, das Wasser predigen, aber dann Wein saufen, wie man so schön sagt, wird hier gelebt. Und wer dort auch hin möchte, von uns normalen Bürgern, das ist gar nicht mal so einfach. Wenn man sich überlegt, wie viel Polizeipräsenz dort ist, auf die anwesenden Teilnehmer kommt die doppelte Anzahl an Polizei. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da hat man offensichtlich Angst vor der Bevölkerung. Ansonsten braucht man ja wohl nicht so viel Polizei. Und im vergangenen Jahr bereits flogen 1040 Privatjets von und zu den Flughäfen des Schweizer Bergortes. Das muss man sich überlegen. Und die kürzeste Strecke war damals bei 21 Kilometern. 21 Kilometer. Das hat nicht geklappt mit einem schönen Staatskarosse oder auch mit einem schönen privaten Luxuswagen wie einem BMW 7er, einer Mercedes S-Klasse in der Long-Version natürlich, damit man sich wohlfühlt zu fahren. Das, was da abläuft, ist unfassbar. Und ich sagte gerade, um uns als normale Bürger dort fernzuhalten, ich habe ein bisschen geguckt und recherchiert, also man findet dort Hotels, die kosten üblicherweise pro Nacht fünfstellige Beträge. Ja, wie willst du dann auch da hinkommen? Dann wird es ja selbst auch Journalisten schon schwer gemacht, dass man sich dort eine Übernachtung leisten kann. Interessant ist aber auch ein Insider, hier ein ehemaliger Teilnehmer bei 20 Konferenzen von Davos, sagt hier Zitat über Klaus Schwab, er hat einen Gottkomplex. Und der Klaus Schwab, der wurde nämlich im März bereits 85 Jahre alt. Und dann heißt es hier, das WEF hat er 1971 mit 6.000 Dollar Startkapital gegründet. Ja, wenn man sich das überlegt, dann hat er damit wirklich mit einer kleinen Investition im Verhältnis eine riesengroße Organisation gemacht. Unabhängig davon, was wir jetzt hier von dieser Organisation halten, heißt es aber hier, die Zeit läuft ab für Klaus Schwab, weil bei 85 Jahren ist das ja nachvollziehbar. Schwab hat einen Gottkomplex und denkt, er gehöre zu den fittesten 0,1 Prozent. Aber niemand ist unsterblich. Und das sagt nämlich hier ein in den USA lebender Veteran von 20 Davos-Konferenzen. Und jetzt kommt eine interessante Aussage noch. Es ist verrückt, dass sie keinen Nachfolgeplan haben, um das öffentliche Vertrauen aufzubauen. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Also ich persönlich habe null Vertrauen in den WEF. Und ich frage hier an der Stelle auch mal kritisch, warum sind denn mit dieser privaten Organisation, Verein, wie man immer das nennen möchte, so viele Politiker und Würdenträger, Anführungsstrichen, und politische Entscheider so verbandelt? Diese Frage muss doch gestellt werden. Oder sehe ich das falsch? Was passiert sonst in Deutschland im Speziellen? Und da heißt es in der Welt heute, Scholz überging eine Frau, deren Berufung sich aufgedrängt hätte. Und ja, es geht immer noch um seinen neuen Verteidigungsminister, der morgen voraussichtlich vereidigt wird, Boris Pistorius. Und ich habe mich gestern, guckt mein Video dazu gerne an der Stelle nochmal an, dazu geäußert, dass jemand, der vor 40 Jahren den Grundwehrdienst absolviert hat, dass der sich mit der Bundeswehr nicht auskennt, ist meine absolute Überzeugung an Schwachsinnigkeit nicht zu übertreffen. Nochmal, es gehört in diese Position endlich mal jemand, der jahrelang in der Bundeswehr gearbeitet hat, vielleicht sogar ein General außer Dienst. Das wäre meiner Meinung nach sinnvoll. Aber wenn wir uns jetzt angucken, wer denn hier im Speziellen übergangen wurde, ja, das ist die Kandidatin, die sehr, sehr hoch gehandelt wurde, Eva Högl. Und dann heißt es nämlich hier, Scholz überging eine Frau, deren Berufung sich aufgedrängt hätte. Die der Wehrbeauftragten Eva Högl, sie brächte das nötige Rüstzeug mit und blieb gleichwohl außen vor. Nachvollziehbar ist es nicht, heißt es hier. Aber überlegt euch das mal. Die Frau Högl, die wurde damals, als sie in dieses Amt berufen wurde, zur Wehrbeauftragten so kritisiert, weil sie keinerlei Erfahrung und Ähnliches mit der Bundeswehr hat. Und dementsprechend kann es doch nicht sein, dass sie jetzt nach ein paar Jahren Wehrbeauftragte auf einmal Verteidigungsminister spielen darf. Das kann doch hinten und vorne nicht mehr hinhauen, was hier passiert. Und vielmehr noch geht es ja auch ganz, ganz stark darum, dass die wichtige Parität, sprich gleiche Anzahl Minister des männlichen Geschlechts und des weiblichen Geschlechts vertreten sind. Und so heißt es nämlich, hier aus Berlin kommt in der Berliner Zeitung Verteidigungsminister. Wie dumm, dass Pistorius keine Frau ist, aber ist doch eigentlich gar kein Problem. Der kann doch einfach morgen sagen, er fühlt sich jetzt als Frau, beweisen oder ähnlich, und muss man das ja nicht. So, und dann heißt es in diesem Artikel von der Dame, jetzt sind die Männer wieder in der Überzahl. Sehr unzeitgemäß. Also Leute, ich wünsche mir eine Zeit. Jetzt sind die mit Kompetenz in der Überzahl. Das wird Zeit, dass das endlich mal kommen wird, Leute. Aber nein, ich bezweifle, dass das passieren wird. Weil ihr belegt doch mal. Es bekommt in der freien Wirtschaft derjenige den Job, der am besten ist, der die beste Biete hat, der sich im Vorstellungsgespräch am besten dargestellt hat, der die beste Expertise für ein gewisses Gebiet hat, etc. Das wünsche ich mir als Kunde in jedem Unternehmen. Das wünsche ich mir beispielsweise auch beim Arzt. Ich wünsche mir auch nicht, bei einem Arzt von zweiter Klasse behandelt zu werden, der sich definitiv nicht so gut auskennt. Oder sehe ich das falsch? Aber die Kritik ist ein bisschen verstummt bezüglich der Parität. Und dann heißt es nämlich hier beim ZDF, SPD-Frauen sprachlos wegen Pistorius. Ja, keine Parität ist mehr gegeben. Aber das ist wirklich brisant. Das ist insofern brisant, wie ich persönlich finde. Denn hier ist das Zitat von Olaf Scholz vom November 2020, als er noch Kanzlerkandidat und noch nicht Kanzler selbst war. Ein von mir als Bundeskanzler geführtes Kabinett ist mindestens zur Hälfte mit Frauen besetzt. Und das ist aktuell nicht mehr gegeben. Und generell, wenn man es zusammenzählt mit den ganzen Kandidaten plus Kanzler, war es sowieso nie gegeben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt und sagt, dass der Kanzler nicht die Wahrheit gesagt hat. Aber die SPD-Frauen wollen sich jetzt in der aktuellen Situation zu der Personalie hier gar nicht äußern oder ähnliches. Fifty-fifty muss weiter gelten. Dafür steht die FDP, äh, sorry, die SPD, sagt die Maria Neuchel, zu der Entscheidung. Ja, aber wie soll das funktionieren? Außer, dass der Herr Pistorius sich irgendwie anders identifizieren wird. Leute, über was reden wir hier für ein Schwachsinn? Das ist unfassbar, oder? Und wer mir über Telegram folgt, noch nicht macht, macht das gerne. At Olli Rede 2 habe ich nämlich genau das hier gestern Abend auch schon gepostet. Und beim Video gestern zu dem Thema habe ich das Ganze ja auch schon angemerkt und gesagt, mal gucken, wann der Herr zurückrudern wird. Und dann heißt es nämlich jetzt hier bei der BILD, beziehungsweise gestern, der neue Verteidigungsminister in Bedrängnis, die heikle Russland-Vergangenheit von Pistorius. Und wer das nicht mitbekommen hat, ich habe ja darüber berichtet, dass er bereits 2018 die Maßnahmen, die Sanktionen gegen Russland immens bemängelt hat. So, und dann sagt er nämlich in einem Süddeutsche Zeitung in einem Interview, Zitat, dies sollte Anlass sein, die Sanktionen zu überprüfen. Wenn man Ziele nicht erreicht, muss man sich fragen, ob die Instrumente die richtigen sind. Und das ist absolut nachvollziehbar. Das ist eine logische Konsequenz daraus, wenn ich das mache und erreiche nicht das Ziel, dass ich das in Frage stelle und vielleicht eine andere Möglichkeit in Erwägung ziehe. Aber der Herr Pistorius wurde offensichtlich gebrieft. Er sagte Dienstagabend daraufhin nämlich zur BILD, ich habe nicht die Sanktionen an sich oder deren Ziele kritisiert, sondern wie viele andere deren Wirksamkeit hinterfragt. Die heutigen Sanktionen sind mit den Sanktionen von damals nicht zu vergleichen und wirken auch, wie wir wissen. Ja, da gebe ich ihm recht, die Sanktionen wirken, wenn man Putin deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stellen wollte. Dann hat das gewirkt, das sehen wir ja an den Zahlen, die sind ja nicht wegredbar. Und wir sehen es genauso, dass wir massive Probleme in Deutschland haben und generell in der EU. Also ja, die Sanktionen wirken gegenteilig. Leute, das kannst du dir halt nicht mehr ausdenken. Es ist einfach nur peinlich, was hier passiert. Aber ich habe es euch ja gestern prophezeit. Es war nur schneller als gedacht. Mein Video war online und der Artikel hier, der ist von gestern Abend um 22 Uhr. Da ist das gestern Abend sogar noch passiert, dass solch eine Rückruderung passiert ist. Unfassbar. Aber zu guter Letzt habe ich auch noch gute Nachrichten von unserem Bundeskanzler für euch. Zitat, Ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht in eine Rezession geraten werden. Und Leute, das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Wir haben aktuell eine der schlimmsten Krisen, die dieses Land jemals gesehen hat, was manifestiert wird durch zahlreiche politische Entscheidungen der letzten Jahre und auch der letzten Monate und unter anderem auch Olaf Scholz, seine Bundesregierung. Und da wird sich ernsthaft hingestellt, wo wir doch eigentlich schon drin sind, mitten in einer Rezession, meiner Meinung nach. Und wird davon gesagt, nö, da kommen wir nicht rein. Was soll denn sowas? Vielleicht hat er es aber auch vergessen. Vielleicht hat er auch vergessen, dass es heute Morgen bereits hieß, erste Möbelhäuser montags geschlossen, Filialen führen einen Energiespartag ein. Soll das unser aller Zukunft in diesem Land sein, in dem besten Deutschland, das es jemals gegeben hat, dass Läden einen Laden geschlossen halten müssen, das ganze Filiale nicht mehr öffnen, weil man die Energiekosten einfach nicht mehr decken kann? Das ist doch unfassbar, in was für einer Zeit wir hier leben. Schreibt eure Meinung gerne zu den Themen unten rein, jetzt bin ich raus. Daumen hoch, Abo da lassen, nicht vergessen, herzlichen Dank, bis zum nächsten und ciao.